Teil 37 Das Rauschen des Kamins kündigte die Besucher an und nacheinander traten Granger und die Ratte aus den grünen Flammen. Harry neben ihn zehrte an seinem Kragen herum, als ob dieser gerade versuchte, ihn zu erdrosseln und zog an dem Hosenboden herum. Lässt du das bitte? fauchte Draco ihn an und hob drohend seinen Zauberstab. Ich habe dir gesagt, dass ich deine Hände zusammenkleben werde, wenn du nicht endlich damit aufhörst, meine Arbeit zu kompromittieren. Ich komprodingsbumse nichts, aber mein Hintern frisst gerade meine Unterhose. Ähm, sollen wir später wiederkommen? fragte Granger sichtlich amüsiert und fegte sich einige Rußflocken von ihrem bernsteinfarbenen Kleid, das ihr unheimlich gut stand. Irgendwo hatte Granger in den letzten Jahren ein wenig Geschmack aufgetrieben. Inzwischen waren Harry und er seit über eineinhalb Jahren verheiratet. Sie hatten diese Monate überstanden, obwohl sie sich manchmal so sehr gestritten hatten, dass Harry einmal aus Versehen die Dielen aus dem Fußboden gerissen hatte, als er sich nur ein Glas Wasser herbeizaubern gewollt hatte. Ein anderes Mal waren sie nach New York gereist und hatten sich so heftig abends im Hotelzimmer gestritten, dass Draco wutschnaubend seine Sachen gepackt hatte und aus der Tür gestürmt war. Worum es in ihrem Zwist gegangen war, konnte er heute nicht mehr sagen, nur, dass sie beide so wütend auf den jeweils anderen gewesen waren, dass sie sich gegenseitig die schlimmsten charakterlichen Fehler aufgezeigt hatten, womit sie definitiv beide ausreichend gesegnet waren. Darunter auch der, dass Harry Draco gezwungen hatte, seinen Zauberstab zu zerbrechen. Ein Vorfall, den Draco Harry schon lange vergeben hatte. Als Draco spätnachts wiedergekommen war, hatte er einen immer noch stinksaugen Harry vorgefunden, der ihm die Hölle heiß gemacht hatte, was Draco einfallen würde, ohne seinen Zauberstab, welchen er aus Versehen auf dem Nachttisch hatte liegen lassen, rauszugehen. Daraufhin hatte Draco auf seine starblose Magie verwiesen, die Harry aber nicht für ausgeprägt genug gehalten hatte, um sich zu verteidigen. Es war wieder in einem Streit gegipfelt, sie hatten sich angebrüllt und dieses Mal war es Harry gewesen, der stinksauer das Hotelzimmer verlassen hatte. Schlussendlich hatten sie sich wieder vertragen, so wie sie es immer taten. Aber diese Seite gehörte zu ihnen, wie die gefundenen und leider teilweise auch korrekten Schlagzeilen, die es immer wieder gab. Ihr Liebling war unangefochten der, dass sie sich angeblich trennten oder es in ihrer Ehe kriselte. In ihrer Ehe hatte es noch nie gekriselt. Sie fauchten, tobten und brüllten, wünschten dem anderen die Beulenpest an den Hals. Aber sie brauchten das beide, um zufrieden zu sein. Sie rieben sich aneinander, spürten, wie stark ihr Partner war, welchen Widerstand er bieten konnte. Und ab und an brauchte Draco jemanden, an dem er seine schlechte Laune ablassen konnte. Und bei Harry war es nicht anders. Eine harmonische, traditionelle Beziehung mit einer Frau, die allem zustimmen würde, was Draco verlangte, langweilte ihn in seiner Fantasie und er wusste, dass Harry es genauso sah. Nie hatten sie sich gegenseitig mit ihren Zauberstäben oder anderen Waffen bedroht. Es blieb immer nur auf der verbalen, dafür aber sehr lauten Ebene. Nein, antwortete Harry Granger, trat auf sie zu und rückte sie unbeholfen an sich. Du siehst hinreißend aus, teilte Draco Granger mit, die wie immer, wenn Draco ihr ein Kompliment machte, er rötete und die Ratte knirschte mit ihren kleinen Rattenzähnen. Obwohl Draco das sehr oft zu Granger sagte, wenn er sie sah, so erfreute sie es doch jedes Mal. Und er lauerte nur auf die passende Gelegenheit, Granger ein Kompliment zu machen, weil es die Ratte so wunderbar ärgerte. Weasley, fügte er hinzu, hielt gute drei Meter Abstand zu Harrys besten Freund und nickte ihm knapp zu. Malfoy. Damit war die Zeit der Konversation für ihn und die Ratte vorbei. Sie waren immer wieder von Granger und Harry gezwungen worden, zusammen Schach zu spielen, aber das war zu oft damit geendet, dass die Ratte eingeschlafen war, weil Draco mit purer Absicht seine Züge ausführlich und lange geplant hatte, um nicht eventuell gegen den Blutsverräter zu verlieren. Sie waren beide sehr gut in diesem Spiel. Wahrscheinlich auch ebenbürtig, aber Granger und Harry hatten einen wichtigen Punkt bei der Überlegung, sie über das Spiel näher zusammenzubringen, übersehen. Schach war so ziemlich das Einzige, worin die Ratte glänzte. In allem anderen, egal ob schulischen Leistungen, Karriere oder Aussehen, war sie nur mittelmäßig bis grottig. Auf der anderen Seite des Schachbrettes war Draco und Draco wusste, dass er ein sehr schlechter Verlierer war. So war es kein entspanntes Spiel zwischen ihnen beiden, sondern ein Kampf, der mit Bauern, Türmen, Damen, Pferden und den restlichen Figuren geschlagen wurde. Du siehst gut aus, Harry, sagte Granger, als ob sie die eisige Stimmung zwischen ihrem Freund und Draco nicht bemerken würde. Ich nehme an, dass du es ihm rausgesucht hast? Richtete sie die Frage an Draco, der nur sanft lächelte. Natürlich hatte er dieses teure, dunkelrote Festgewand ausgesucht. Es biss sich so wunderbar mit Harrys Augenfarbe und unterstrich sie besonders. Selber hatte er sich für eine schwarze Robe mit aufwendigen silbernen Stückereien entschieden, die einfach nur fantastisch an ihm aussah. Gut, jetzt wo wir alle festgestellt haben, wie hinreißend wir aussehen, würde ich gern los. Warf die Ratte ein und Draco ignorierte den beißenden Sarkasmus und den leichten Seitenhieb in seine Richtung. Zusammen gingen sie in die Eingangshalle des Männers, aktivierten den Portschlüssel und landeten auf dem kleinen Bahnhof in der Nähe ihrer alten Schule. Das Schloss thronte erhaben über dem See und die vielen Lichter und Fackeln spiegeln sich auf der glatten Oberfläche. Er schien Draco eine Ewigkeit her zu sein, dass er das letzte Mal hier gewesen war. Das letzte Mal war vor vier Jahren gewesen. Erstaunt über die lange Zeit, die seither verstrichen war, neigte er leicht in den Kopf und betrachtete den schlichten Ehering an seinem Finger. Vor vier Jahren hatten Harry und er sich hier getroffen und Dracos unkontrollierte Magie war mit ihm durchgegangen, als die kleine Kröte Harry geküsst hatte. An diesem Abend hatten sie das erste Mal miteinander geschlafen oder besser gesagt hatte Harry stümperhaft in ihm rumgestochert. Die letzten drei Treffen zum Gedenken der Toten hatten sie ausfallen lassen müssen. Das erste Mal war auf die Zeit gefallen, in der Draco seine Azkaban-Zeit in den Knochen gesessen hatte. Bei dem vor drei Jahren hatte Harry eine leichte Verletzung bei einem Einsatz davon getragen und die Heiler hatten ihm Bettruhe verordnet, die Draco sogar einmal mit einem Fesselzauber umgesetzt hatte. Und vorletztes Jahr waren sie knöcheltief in den Vorbereitungen für die Hochzeit gewesen, sodass sie es nicht hatten einrichten können. Letztes Jahr war Draco beim Fliegen vom Besen gestürzt und dieses Mal war es Harry gewesen, der ihn ans Bett gefesselt hatte. Eine der Kutschen blieb ruckelnd stehen und sie alle verharrten und betrachteten die schnaubenden und den Kopf in den Nacken werfenden Skelett-Pferde. Seit dem Tod von Cedric konnte dieser die Tiere sehen. Granger und die Ratte hatten in der Schlacht oft genug miterlebt, wie jemand den letzten Atemzug genommen hatte. Und Draco hatte die Tiere, seit Voldemort sich bei ihnen wie eine Zecke eingenistet hatte, wahrnehmen können. Oft genug hatte er jemanden sterben sehen. Sie schwiegen alle vier, denn dieser Anblick machte den Krieg, Verluste und Tod so deutlich, wie es keine noch so gefühlsergreifende Rede tun konnte. Die gute Stimmung war getrübt, als sie zu viert die Kutsche bestiegen, aber es wurde lockerer, als durch das offene Fenster eine tellergroße Kröte sprang. Granger vor Schreck schrill aufschrie, die Kröte sie mindestens genauso erschrocken anblickte und dann aus dem anderen Fenster wieder hinaussprang. Der Eingangsbereich lag verlassen vor ihnen und sie schlenderten über den Schulhof, vorbei an Harrys Statue, wobei Draco es nicht lassen konnte, darauf hinzuweisen, dass sein Zauberstab es gewesen war, der den dunklen Nord vernichtet hatte. Vor der großen Flügeltür blieben sie stehen. Harry machte Anstalten, hinter der Ratte in Sichtschutz zu gehen, doch Draco legte ihm eine Hand auf den Rücken und schob ihn fast schon grob nach vorne, während die Türen aufschwangen. Alle wartenden Gäste starrten sie kurz an, dann brach Jubel und Beifall für den Helden und seine Helfer aus und Draco gab sich alle Mühe, nicht auf die halblauten Beleidigungen gegen seine Person zu reagieren. Zuerst wurde Harry von vielen ehemaligen Lehrern, Mitschülern und Politikern begrüßt und musste fleißig Hände schütteln. Meist gingen die Gratulanten zu der Ratte und Granger weiter, sprachen auch ihnen ihren Dank für die Vernichtung des mächtigsten, schwarzmagischen Zauberers ihrer Zeit aus und wenn sie Eier hatten, die viele verloren zu haben schienen, begrüßten sie auch Draco. Aber es waren nicht viele, die den Weg zu ihm fanden. Den Feigenrest betitelte Draco stumm mit dem Attribut und war schlappen. Die meisten sahen in ihm immer noch die Verkörperung ihres Feindes, doch Draco stand störisch an Harrys Seite und gab vor die Blicke und das Getuschel hinter vorgehaltenen Händen nicht zu hören. Aber man musste dazu sagen, dass nicht alle sich so asozial verhielten. Fleur und ihr Mann begrüßten ihn noch freundlicher, als sie es bei Harry getan hatten. Aufgeregt erzählte Fleur ihm etwas auf Französisch und die Zauberer um sie herum starrten Fleur an, wie eine Erscheinung, während Draco an den passenden Stellen nickte. Die ganzen Wiese, außer der Kröte, die Harry immer noch nicht verziehen hatte, dass er sie hatte sitzen lassen und inzwischen eine Ausbildung in Irland machte und deswegen durch ihre Abwesenheit glänzte, begrüßten ihn. Was die Kröte genau in Irland machte, hatte Draco immer mal wieder gehört. Aber es war so uninteressant, was die Frau tat, die Harry geheiratet hätte, wenn Draco nicht aufgetaucht wäre, dass er immer, wenn die Sprache auf das Reptil kam, anfing, über den letzten Sex nachzudenken und sich jedes Geteil ins Gedächtnis zu rufen. Das war seine persönliche Rache an dem Miststück. Alle Gryffindors und damit Harrys engste Freunde drückten ihm wenigstens die Hand, ließen sich auf ein knappes Wie geht's? und folgenden Smalltalk herunter. Als McGonagall vor Draco auftauchte, hatte Draco das Bedürfnis, sich eine gute Ausrede einfallen zu lassen, warum er es wagte, hier zu sein. Sie blickte ihn streng über den Rand ihrer Brille hinweg an und Draco fühlte sich wie ein ertappter Schuljunge. Wie geht es Ihnen, Professor? fragte er freundlich und zuckte leicht zusammen, als sie seinen Händedruck warm und fest erwiderte. Seit Jahren war ihm klar, dass die alte Hauslehrerin ihn nicht leiden konnte. Hatte sie nie und würde sie wahrscheinlich auch nie. Dafür hatte er zu viel auf dem Kehrpolz. Vor einigen Tagen hat ein Slytherin Mrs. Beelin zum Weinen gebracht. Sie war drauf und dran, den Arithmatikunterricht hinzuwerfen und das Schloss zu verlassen. Langsam ließ sie Dracos Hand los und Draco war sich nicht ganz sicher, was er mit dieser Information anfangen sollte. Soll das ein Stellenangebot sein? fragte er nach und legte den Kopf ein Stück schief, so wie Harry es immer tat, wenn er etwas nicht auf Anhieb verstand. Ein kleines Lächeln legte sich auf die Lippen seiner alten Verwandlungslehrerin. Ich bin mir sicher, dass ich für sie und ihren Mann jederzeit eine passende Stelle hätte. Der Posten als Verteidigungslehrer ist nur sporadisch besetzt, bis wir jemanden finden, der das gerne dauerhaft übernehmen würde und eine Koryphäe auf diesem Gebiet ist. Haben sie das Harry schon gesagt? fragte Draco gelassen nach. Ihm war klar, was sie hier machte. So eine Quedertaktik funktionierte vielleicht bei Schülern, die etwas ausgefressen hatten, aber nicht mehr bei ihm. Immerhin war er dafür schon zu lange aus der Schule draußen und selbstständig. Einige der Lehrer spielen mit dem Gedanken aufzuhören, um sich etwas Neuem zuzuwenden. Auch Madame Hutsch will ihre Knochen schon und überlegt, das Metier zu wechseln. Da haben sie aber einige interessante Posten frei. Verteidigung gegen die dunklen Künste, Arathmatik, Schiri bei den Quidditch-Spielen und Flugunterricht. Es fehlt nur noch, dass sie mir mitteilen, dass auch Professor Slughorn aufhören will. Nun glitzerte der Schalk in den Augen von McGonagall. Oh, er wollte nie wirklich lange bleiben. Er kam Albus zur Liebe her und blieb, weil wir sonst niemanden gefunden haben, der nach dem Krieg diesen Posten übernommen hätte. Ich bin mir aber sicher, dass er gerne wieder seinen Ruhestand genießen würde, wenn er das Fach in guten Händen wüsste. Na, so ein Zufall, dass ich in Tränkekunde ausgebildet bin, sagte Draco und lächelte nicht wirklich freundlich, eher sehr aufgesetzt, weil er den Bratenroch, den McGonagall ihm gerade um die Ohren schlug, um ihn zu ködern. Ja, dieser Zufälle soll es geben, wiederholte sie und ließ die Worte einiger Augenblicke zwischen ihnen in der Luft hängen, ehe sie jemanden in der Masse an Zauberern entdeckte, sich entschuldigte und Veko stehen ließ. Und dann